Verhalten im Notfall Es brennt. Was tun? Bewahren Sie Ruhe. Verschaffen Sie sich einen Überblick und betätigen Sie den Handalarmtaster. Rufen Sie die Feuerwehr. Geben Sie an, wo der Notfall eingetroffen ist, wer Sie sind, was passiert ist, wann es passiert ist und wie viele Personen betroffen sind. Warnen Sie Personen im Brandabschnitt und retten Sie sich entlang der Fluchtwege zum Sammelplatz. Unterstützen Sie ortsfremde Personen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Fluchtwege münden immer in einen sicheren Bereich, in einen anderen Brandabschnitt oder ins Freie. Schließen Sie beim Verlassen des Raums hinter sich Fenster und Türen. Die jeweiligen Brandabschnitte werden durch Brandschutztüren getrennt. Diese Türen schließen selbstständig und dürfen nicht verkeilt oder blockiert werden. Auch nicht, wenn kein Notfall vorliegt. Notausgangstüren müssten frei zugänglich sein und dürfen nicht verschlossen werden. Fluchtwege dürfen nicht verstellt werden. Sie dienen der Flucht und Rettung von verletzten Personen und der Feuerwehr als Wege zur Brandstelle. Im Brandfall können auch kleine Hindernisse zu tödlichen Fallen werden. Auf dem Sammelplatz halten Sie sich ruhig. Unterstützen Sie bei Bedarf die Sammelplatzleitung und behindern Sie die Einsatzkräfte nicht. Die Sammelplatzleitung wird Sie über die Gefahrenlage und das weitere Vorgehen informieren. Es ist wichtig, dass Sie gegenüber Dritten keine Informationen preisgeben. Verweisen Sie dafür auf die Medienstelle. Es kann sein, dass Sie den Feuerlöscher brauchen. Darum muss er immer am festgelegten Platz und einsatzbereit sein. Löschen Sie den Brand nur, wenn dies möglich erscheint und bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Üben Sie den richtigen Einsatz von Feuerlöschern im Brandschutzkurs der Fachstelle Risikomanagement. Für die Sicherheit und den Brandschutz am Arbeitsplatz sind alle mitverantwortlich. Auch Sie können dazu beitragen. Informieren Sie sich über besondere Brandgefahren, die Brandschutzeinrichtungen und den Ort des nächsten Sammelplatzes. Wir wollen Ihre Gesundheit bewahren und machen Arbeitsplätze sicherer.